Wien ist ja eigentlich voll okay gewesen, also ein bisschen langweilig an den Rändern, aber an sich voll okay, macht man nicht so viel mit falsch. Budapest. Gestern habe ich mir eine Zeitung gekauft, um so ein bisschen, so wieder so eine Bahn... Gestern habe ich mir eine Zeitung gekauft, um so ein bisschen dem aktuellen Tee nachzuspüren. Da habe ich so einen Fuchs aus dem Bauch, als mal die Witterungen aufnehmen. Aber ich habe wenig verstanden. Ist ja auch egal, man muss ja nicht alles verstehen. Das reicht ja, wenn man sehr viel ahnt. Aber der Typ, der mir die Zeitung gekauft hat, ist mir dann aufgefallen. War derselbe Typ, der mir im Supermarkt eine Flasche Wasser verkauft hat, und derselbe Typ, der mir am Abend danach im Restaurant die Speisen gebracht hat. Ich habe mich dann gefragt, hier ist doch der Typ, der hier als Typ umläuft. Und dann habe ich gesagt, ja genau. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Wir sind ungefähr 40 Leute, 30 Leute, und wir machen hier alles. Wir verkaufen hier alles. Wir machen hier alles. Alle anderen Leute wisst ihr. Das sind alles Touristen. Das ist Budapest, Nieserhalt, Belgrad.